Brauchst du ein Navi? Noch nie, ich hab ein Wegpunkt gelegt, also müsste eigentlich schon gehen. Dann ist gut. Dirk, morgen 17 Uhr, merke dir das. Oh oh. Deine Folge? Ja. Gut, merke ich mir. Weswegen? Angucken die neuen Folgen. Nein. Freischalten. Äh. Wo machst du denn? Na, ich dachte es geht hier lang. Soll ich ihn doch lieber sagen? Ja, wenn ihr sie dann anguckt, dann ist ja... Äh. Sind sie schon gelaufen. Äh. Du, Sven. Du warst richtig, wir müssen dort raus. Du warst richtig, wir müssen dort raus. Also zurück. Ja, und hier hoch glaube ich, ne? Ne, da geht es da nie lang. Äh, wir haben dort aber Gegenstand. Hinter dir, hinter dir. Warte mal. Wir haben dort ein Gegenstand, nehm. Freie Außenposten. Hier kommen wir lang, oder? Ne, ja. Achso, ne gut. Du kommst doch nicht hin, Sven. Sven, du kommst doch nicht hin. Zurück. Zurück. Ich sag so leichter mit den Dingen, wenn. Also. Linksig. Immer schön linksig bleiben. Jetzt kannst du ein Stück rechtsig fahren. Und immer schön auf der Gerade bleiben. Halt dich mal weiter rechtsig. Halt, halt. Komm mal an Land an. Ist egal. Äh, halt. Bei mir, ne. Bei mir sind wir noch mitten im Wasser. Hier muss man aussteigen, oder? Warte, nur ein Stück. Kannst nur ein Stück fahren. Kannst nur ein Stück geradeaus fahren. Hier muss sein. Und raus. Und raus. Und dann müssen wir geradeaus hier den Weg hoch. Ich bin ein Schatzseger. Du helfst mich auch, Jörg. Ich doch. Jetzt müssen wir hier so links, rechts sich runter. Na? Die hatte hier so einen Questgeber. Was ist das? Gibt's hier was zu fragen? I knew you could do it. Uh, ein Klingemodd. Hä? Na, nur ein alten, nur ein alten Ding. Ah ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ach, die will Klingefraben? Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Ich hab'n. Komm, wir machen mal fertig. Komm, wir machen mal fertig. Du hast noch. Du hast doch keine mehr. Ja, die Uhr noch. Guck mal, was der schnitt. Guck mal, was der sagt. Oh, schnitt. Ich hatte auch nen Klingaufsteg. Ich krieg noch Hauspunkte. Ich auch. Ohne Ende. Ich hab'n glaube ich 22, 30 Klingen. Ist groß. Ich hab'n noch. Ich hab'ne mehr. Ich habe noch Aven Stunger. Ich habe Unruhe aufget Das muss ja vorankommen bei dir mal. Na, vielen Dank. Vielen Dank. Du weißt wie das ist. Jetzt bist du gleich oft mit mir, 56. Toll. Ne, ähm, ich weiß aber jetzt nie was ich nehmen soll. Keine Ahnung was ich nehmen soll. Als Quest oder was? Achso, als Punkte. Was ist denn das? Gruppenfitness? Was haltet ihr davon? Klingt gut. Ich guck auch grad mal, ob wir was für die Gruppe haben. Hör mal zu, deaktiviere die Ausdauerkosten für dich und deine Verbündeten während des Gruppenraserei-Effekts. Was haltet ihr denn davon? Diese Gruppenraserei hat man doch schon mal das Problem, ne? Nee, das ist doch dieser Scheiß, wo ihr immer Probleme bekommen habt. Ich hab immer noch ne Klinge. Jetzt nimmer. Ja, ich hab wieder ne Klinge gefunden, geil. Oh, das gibt's doch gar nie, ey. Genau. Gibt's noch ne Klinge? Gibt's hier noch Klinge? Ja, hier gab's ja auch noch viele Klinge. Wo denn? Wo denn? Ich hab jetzt drei Klingen hier gefunden. Muss doch hier im Lager rumlaufen. If you find more, bring them to me. Echt? Das hör ich bis hier hinter, ey. Was haben wir hier drinnen? Ich hab noch ne Klinge gefunden. Ey, die alte, die alte. Ich will Opa Klinge finden. Ich will Opa Klinge finden. Musst du durchgehen, die sind ja für uns alle da. Boah, hier sind sie... Was will die eigentlich mit so viel Klingen? Äh, rasieren? Ich hab Angst. Ich will's nicht. Ich hab... Was will die rasieren mit so viel Klinge? Dann machst du mir ja Angst. Wer will's, wer will's hier? Die will sich rasieren. Willst du noch ein Telefon gleich? Ja... Was willst du? Willst du noch ein kleines Telefon haben? Hier ist ne Werkbank. Wo? Und, hast du noch was gefunden? Nö. Achso, welche Quest? Mach mal jetzt sicherer Ort. Warte doch mal ab, Planner. Ja, genau, Quest, äh... Was hab ich denn wieder dieses kommentiert? Sicherer Ort hängen wir noch recht. Hier machen wir einen und sagen, ach so geht die aus. Warte, bis du Zugang zu den Tunneln erhältst. Jetzt ist es, weil sie gerade abpumpen, wo wir gerade waren. Hm. Suche nach dem Lager im Westen. Suche nach dem Lager im Inland. Suche nach dem Baumhauslager. Ich hab mal ne Frage. Nein. Bleibt's. Mattel? Ne, ähm, hatten wir hier in der Nähe hier irgendwo einen, der was verkauft? Hier direkt? Ne. Scheissendreck. Zwölf. 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 Lager im Westen... Ja, da drüben. Aber das ist ja Osten. Ob die hier Westen und Osten richtig auseinanderhalten? Ich hab keine Ahnung. Was hab ich hier? Da hab ich noch ein Zwölf. Geh nach Henderson. Ich suche jetzt mal Henderson direkt nur. Ja. Schnellschlag. Wer ist denn irgendwo auf der Karte? Bist du sicher? Ich guck gerade. Du kannst ja mitgucken, weil ich findest du doch gerade. Ich guck gerade. You can find more. Wer blickt Bungalows? Hier gibt's nix mehr. Da gibt's nix mehr. Oh, hier hinten hab ich schon noch was. Let's take a look. Da ist nix mehr. Hält? Ops. Ach nee, Jungens. Hab ich hier nicht grad was gesehen, wo wir zurückgehen? Hier hinten bei diesem Steg kann das vielleicht sein. M-Mensche? Guck mal, wir haben in der Mitte so'n Kasten. Was macht man hier? Und in der Mitte ist noch so'n Haus, was wir noch nie hatten. Und ganz hinten beim... Ist noch so'n Stegssluss. Mit nem Haus drauf. Da war was Geld. Hm. Beim Steg? Ich überleg grad welchen Steg. Wir haben so viele hier. Äh, links. Links die Karte unten. Das wo das Boot ist. Links die Karte unten? Ach Tottel. Neben Porsanz ist das so'n komischer Stegs. Und so'n Dings ist noch keine Markierung drinne. Dort waren wir. Dort waren wir aber. Was wollt denn dort, wenn ich fragen darf? Ähm. Müssen wir doch für'n... Was für'n Versteck? Äh. Warte mal Matthias. Ne, dort waren wir schon. Das war ja ganz am Anfang die Mission. Da sind wir doch in dieses Haus reingekommen. Übers Dach reingehobbt. Ach so, ja. Stimmt, das ist ja unser Anfang. Das ist die... No, no. Ach ja. Ne. Da kann das ja bloß auf ner anderen Karte sein, denk ich mal. Die Verstecke. Was denn für Versteck? Na, vielleicht ist es nicht direkt ein Versteck. Sondern jetzt müssen wir erst mal direkt nach... Geh nach... Henderson. Ist das ein Keep oder eine Gegend? Oder das ist die Gegend hier. Dass man jetzt in Henderson erst kommen wird. Wie damals mit dem ersten Teil mit den Dschungeln. Ja. Könnten wir ja auch die Quest auch später machen. Wir haben doch... Weil wir haben doch hier überall solche komischen Dinger. Diese... Halbkreise. Verlassene Bungalows. Ja. Tunnelgehöhle. Geh, machen wir jetzt warte, bis der Tunnel uns mit dem Tunnel erhält. Sollen wir mal in den Tunnel gehen. Vielleicht kommen wir da jetzt rein. Um... Äh... Von was redet ihr denn hier? Einsiedlerhöhle. Du meinst jetzt erst mal zum Labor testen. Geschichtsstunde. Geschichtsstunde hab ich jetzt gemeint. Was, Geschichtsstunde? Gibt's das... Ist das eine Quest? Ja. Äh... Ja, warte bis der Zugang zum Tunnel erhält. Das tolle ist, haben wir den? Das ist der, wo sie gerade auspumpen. Weiß ich nicht, ob das so weit ist. Ja, also müssen wir erst mal die Hauptquest machen. Dann machen wir erst mal jetzt die Hauptquest, wo er ist. Ja. Dann werden wir es will. Dann werden wir es will. Schwerer Ausrüstung oder was? Genau. Ja. Wollen wir uns hier noch ganz dumm und dämlich erlaufen. Dum dum dum. Ich will... Ich will... Sch*** ist meine... Mein Sch***. Jawoll. Sch*** ist hier. Nix... Alright, let's get started. Und guck in der Kiste rein. Mach was Sinnvolles. Nein Schatz. Oh Gott! Na Naid, jetzt hilf uns. Ich kann die rennen. Wo ist das Boot? Ja hier runter, runter, runter. Links ist es. Hier sind die beiden Zombies. Wie du läufst, wie eingekackt ist. Wieso sagst du gerade? Ich glaub ich wieder hause lobt. Ach, die werden bestimmt aufstehen hier vorne, oder? Nunu, bestimmt. Ich hol dich, Matthias. Ich komme. Dinger drinnen? Gut, kommt rein. Hinter uns kommt Besuch. Naja, aber er steigt ein. Brauchst du ne Karte? Nee, ich weiss wohin, Hitler. Alles klar. Ich guck dich an. Du guckst an mir eiskalt vorbei. Ich muss hier aber freuen, hier. Ich mach's an dieser wie du. Oh, oh, oh. Nein, nein, nein. Werde, ich komme. Du musst erst mal rüberkommen. Warum nicht? Oh Gott sei Dank. Oh ne, hier sind Bienen überall. Und der Flak das Blut. Wo müssen wir hin? Ey, Trinne Club abgeben. Ja, ey, da musst du den Zaun mal aufmachen. Ja, wenn ich mal hier rauskommen könnte. Ich komme hier raus. Echt? Jetzt ist es. Jetzt ist es. Komm, Jash. Komm, Jash. Hinter dir, hinter dir. Oh, der ist nett, der hat gewartet. Ja. Ja, ja. Das finde ich okay so. Ja, sehe ich auch so. Hat er was fallen lassen? Nein. Komm, jetzt mach auf hier. Ja. Bist du drin? Ja. Ehen hinten und Ehen vorne stell mal hin, würde ich sagen. Wir werden bestimmt bloß zwei hier haben. Geh oben hin. Stell Ehen oben hin. Ich erkenne alle bloß oben hin, oder? Och, nee. Och, guck, ach komm, ey. Entweder hier hin. Och, komm. Stell mal Ehen. Stellst du vorne hin? Guck mal, was ich in der Hand hab. Stell sie dort hin. Stell dich die andere hier hin. Hast du schon wieder die Fässer? Ja, na toll. Ja. Hier. Wir haben jetzt eine MG. Warte mal, Gott. Ich würde das MG lieber hier hinstellen wollen, ne? Scheiß auf das MG. Okay, it's about to get real loud. Und wenn wir es festhalten, können wir es abbauen. Hier, warte mal, hier hat einer. Oh, einer hat einen Schatz hier. Ach, den Hammer. Den können wir nicht haben. Den würde ich nie haben. Wieso, was gibt's denn? Was ist denn das für ein Schatz? Ein Hammer. Aber der Hammer ist so schwach. Äh. Kannst du ruhig behalten. Wie soll denn den Kreis, oder was? Na. Draht. Geld. Geht ihr mal raus? Geht ihr da mal raus? Wieso? Ich will nochmal schnell hinten was verkaufen. Ja, okay. Ich mach mein Zeug nochmal ganz. Ich geh schon mal in den Kreis. Ah, sind schon wieder mit Sprengbienen. Ich guck mal nochmal schnell hier, wie es oben aussieht. Ähm. Mit den MGs, wie die aufgestellt sind. Ja? Könntest du mir mal sagen, wie viel Geld du hast? Nur mal so aus Neugier. Äh, 95.000. Alles klar. Wieso? Wie, wie heißt du? Ne. 75, oder so, in der Treppe. Muss ich klein nochmal gucken. Wieso, brauchst du was? Nein, Quatsch. Ne, ich hätte schon's. Ne, Quatsch. Wird ja sein können, dass du ne Waffe holen wirst. Ach, Quatsch. Gefällt mir alles nie, was die hat. Gefällt mir echt nicht. Hm. Ne, das ist mir irgendwie noch zu dicht. Wäre hier besser. Na egal. Wird schon passen. Wir werden eh bloß wieder zwei, drei Zombies kommen. Mehr nie. Hm. Das Schlimme ist es ja. Wir bauen hier übelst die Festung offen. Da kommen nur zwei, drei Zombies hier. Indem wir durch die Mies kommen. Ach. Wollen wir kurz vorher nochmal eine PP? Das ist kaputt, der Zombies. Warte. Warte. 50 Meter groß ist bestimmt wetten. Ach. Kein Endschluss wird kommen wieder. Logisch. Doch wie kannst du dich nicht verlassen? Logisch. Wir fangen das Fass. Ne, da weiger ich mich. Ich schiess hier auf das Fass drauf. Ich hab fünf Wurfen mehrfach? Fang das Fass, oder schiess auf das Fass drauf. Ich hab's echt. Ihr wart uns jetzt echt. 24, 25, 27 Granaten hatte. Geht nie, ich hab's gefangen. Gut. Fang du das Fass. Ich hab's gefangen. Nein. Bis zum nächsten Mal.